Die Peranel-Šelka-Kevilja Die Peranel-Šelka-Kevilja Die Peranel-Šelka-Kevilja Pogerma kompromissora Po sijerozuć na obrhu Nellina Zauša je nam obvyča često krasnuti reči Veran Imela Brankan Brankan TVL Ima te dobre Mikvogodajci Ima te dobri Schicko! 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 Bane Branki! Zatak, zato mi je tomele i pokim borovi, a neko će za petka emola dobiti ovako i ovom pršutu, neko će trimer, neko motorku, a neko će, bogam i sljestio, smart 2. Neko će iz kuter za petka emola. Čan je jedanost to poprivio. Zatak, zato mi je bilo na sebi. Ali gledamo dobru borbu, dobru borbu, svaka časte, vlastnicima Bikova rača, vrankjene, vrankjene, dugo te nije bilo na sebi. Zatak, zato mi je bilo na sebi. Zatak, zato mi je bilo na sebi. Zatak! 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 Ovo je ko preizrao. Ureali. Zatak! 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 Po razlaku je onino pričajke mladići za mine. Jako dobijem ovoj pršut, domači od Miloše hercegaški pršut. Ich will also noch die Zeit、 ich werde da, ich werde da, ich werde da. Ich bitte nicht mehr so sagen, wenn ich das besuchen möchte. Wir sind in der Zeit ein Hlednerin, von Köln vor. Ich möchte nicht mehr an den Tag kommen. Tad, dann kann man das nicht mehr? Dann gehen wir im Köln-Hörbomber. Das war der 11.9. und 2.22. Sie hören von Džane Penove und ihre Eltern. Danach ist es Dobra Gorme, aber die anderen, die sich sicher noch sehen, werden wir jetzt noch sehen. Džane Penove wird mit seinem Bizon zu sein und der Karin Kropković. Wolle, wolle, wolle! Ich mach sie! Ich mach sie! Ich mach sie! Vielen Dank. Das war's für heute. Ich glaube, ich möchte Ihnen einen Kommentar machen, aber ich möchte Ihnen einen Kommentar machen. Ich möchte Ihnen noch einen plus mit dem Kronen, die sich mit dem Kronen verletzten, die sich mit dem Kronen verletzten, die sich mit dem Kronen verletzten. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Das ist der Sport. Ein bisschen mehr zu erinnern, ein bisschen mehr zu erinnern, es ist ja ein bisschen mehr zu erinnern. Aber wir haben Sie etwas mehr zu erinnern. Das ist ein bisschen mehr zu erinnern. Sie sind bereit, die Mitglieder und die Arbeit mit ihren Viglern. Das war's für heute. Der Kurs, der Kurs, der Kurs, der Kurs, der Kurs! Das ist eine große Freude, heute ist der Kani-Undi, mit der Kani-Undi, mit der Kani-Undi! Vielen Dank für's Zuschauen.